Stopp mal kurz, Alter. Ich bin nicht richtig geil, Lor! Was? Was nehme ich? Ich will Toplane? Oder? Warum habt ihr denn alles? Jetzt muss ich wieder ATC gehen. Ihr seid scheiße. Ich will Alistair spielen. Junge, ich will Alistair spielen. Ich hab dir das schon viel früher gesagt. Ich will Alistair mit dir spielen. Ich hab's schon gespielt, es ist scheiße. Lass mal gucken, mal ein Blitzcrank. Nein, mach mir das nicht. Oh ne, nimm mal ich dir so und dann noch hab ich dir an und du ultest. Du bist so schlecht. Du wirst es nicht schaffen. Ich hab's schon mal geschafft mit einem Rantman. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Aber ich hol mir keinen Buster. Tom, bitte pick mal nix. Wenn Tom jetzt nix pickt, kriegt er 5x30 Minuten wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Viel Spaß mit Malsaha. Bitch. Ich spiel an Adi Malsaha. Hab ich keine Lust auf die Scheiße. Nur wenige Minuten später. Oh, wie Josef Ripp ist. Ein Autosank. Noch etwas länger als nur wenige Minuten später. Tod. Junge. Die drückt literally R. Die drückt R. Die hat grad einfach nur... ...gemacht. Ja, ich bin Botlin. Ich kann wirklich mein Bild bauen. Ich bin Support. Und ich bin Toplin. Mein Bild. Okay, ich kann jetzt entweder abheben. Ey, geht mal auf Ivan Actionals Jam Spotlet und schaut euch den ersten Kommentar an. Das war ein bisschen zu weit. Der erste Kommentar ist... If you like this, you will get bla 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 dollars. Weißt du was? Er unten liest weiter. I bet you skipped that number and continue to read this. I bet you didn't notice that there was a letter in it. I lied but you checked. Nö, das jetzt hab ich nicht gemacht. Das hab ich nicht gemacht. Das hab ich nicht gemacht. Das hab ich nicht gemacht. Mann! Broncos, Leitungen überall. Ey, der Syndra-Skin sieht auch schon irgendwie so aus, als würdet ihr grade so ansetzen, um so grad ne Poly-Kugel zu serfen. Ey, bitte harass einfach. Bring die Jinx zum Tilten. Ich hasse Jinx. Jede Jinx, die ich bis jetzt gespielt hatte und wenn ich getrollt hab, geht einfach übel gegen mich getrollt. So, oben fang ich an. Mit meinem Kick. Ihr wird kein... Ihr wird kein... Ich glaub ich fang mit meinem Kick an. Nö, diese... Betan... Ja, damit fängt man an. Kick den so richtig in die Fresse. BAM! Ja, so! Siehst du, ist schon wieder ne Try-Hard Jinx. Jedes Mal, wenn ich gegen ne Jinx spiele, ist die Try-Hard as fuck. Die wirst du jetzt destroyen. Du wirst die ganze Zeit harassen. Du wirst jeden einzelnen verfickten Meep auf die Fresse von der klatschen. BAM! BAM! Als ob das... Aber ein halbes... Alter, wollt ihr mich eigentlich in den Arsch ficken? Die Try-Harden echt? Die Jinx holt jedes Mal, wenn ich in Reichweite bin, ihre Rocket raus und macht nen Schuss auf mich damit, ne? Jetzt hab ich nen Ranked immer wieder gemacht. Ja, aber es ist kein Ranked. Ich sag doch, jede Jinx try-hardet einfach des Todes. Du bist halt echt gegen Toplan Soraka gestorben. Ich bin Toplan Leon im Locken. Und ich hab sie gedivet. Warum dives du sie? Warum hältst du dich deine scheiß Fresse? Es ist n' Narbu. Passegill! Lol. Der lebt noch. Das Morgana-Binding. Ach stimmt. Einfach komplett dran vorbei. Wie viel? Du hast ein Miep. Ihhh. Ist ja nix. Äh, ja. Ich muss ja die ganze Zeit bei meinem Wix ADC sein. Ha, Bitch. Lol, wie? Die Hitbox war ja auch geil, ne? Ich wollte gerade sagen, pass auf, dass du keine Ult in die Fresse bekommst, aber... Oh, beide gesnarrt. Ich komme. Sammel nicht das Ding ein, bitte. Ups. Du hast gesagt, sammel nicht das Ding ein. Und dann... Und dann holt schon wieder irgendeinen Heal raus. Ich wollte meinen Assist haben. Oh. Ich habe einen Assist. Da gehe ich rein. Raus! Ich will... Mann, Alter, dieser Chain CC ist so... Weißt du... Hast du es gerade überhaupt... Jaaah! Die Morgana ultet. Ult trifft. Dann kommt das Jinx-Ding. Und nach dem Jinx-Ding ist unter mir ein scheiß Morgana-Q. Nee! Das war übelste Scheiße. Hauptsache, man kann auf einmal nix mehr machen. Baum. Der gilt dir ultimate. Ja, der hat einfach Samstan mir rausgehauen. Fixie! ja nein ähm feels bad man diese uraker die hat natürlich ne gewisse tankiness dadurch jetzt schon ich glaub ich glaub es bleibt nur mit einem oben verpisst euch verpasst du sein arm dieser dreckige chain CC ist einfach scheiße ne der ist dreckig jungs warum bin ich eigentlich mit troll builds besser als mit serious builds das ist eine frage die die menschheit noch nicht klären konnte lol ja ne es war ihre w das war ihre w mitte sie kann einfach zwei animation gleichzeitig casten das wusste ich nicht mal ihr also hier etienne jetzt kannst du ja mit der freierkamera hier hingehen ne hier zum gegner so ich stand genau hier jinx hat hierhin geultet ich bin gestorben wir brauchen den point and click CC von tf ne ich will mir den ding von blade ich mach mir auch mit schaden okay ich habe ein assist bekommen plus 1 happiness ja ich hab die gemütet ich kann das nicht hören sie schreibt you are so fucked you are bronze noob shut the fuck up und slash you noob jungs hab jetzt schon den zweiten infernal break das tut mir voll gut doch du machst eben dann jemand wahrscheinlich so AHHHHHHHHH ich hab den keennig AHHHHH 20 69 ich hab 600 movement speed ich hab 600 movemen speed ich bin schneller als fucking Usain Bolt nochmal Q oh scheiße ja tschüss ich hatte so Angst, dass der Yimich gleich noch Q'en kann und ich dadurch nicht mehr wegkomme ich hab dieses Game kein einziges Mal geultet oh alter jetzt kommt's jetzt gucken wir das Battle an oh, war zu vergessen wenn du halt Chainsy siehst, kannst du in der Zeit so viele Autotecks raushauen warte, mach ich gleich wieder E watch lol ja, Ulti lol wtf josef, warum funktionieren deine Bills eigentlich immer WTF du hast die mit zwei Autotecks getötet ja, josef warte, warte eeeee ah, mein Arsch ist eigentlich lang niew ah, das ist die ah, die leona ist busted tome die sache ist, es ist nicht so, dass ich es mir einfach zuhuse ausm, äh, ausm ärmel schüttelt Nein, ich überlege zwei Minuten, bevor es ihn aus dem Ärmel schüttelt. Ha, outplayed. Wir wissen ja, ich zitiere Hand of Blood. Nur Damage ist mehr Schaden. Ja, ist ja auch so. Hand of Blood ist einer der weisesten Männer, die ich kenne. Echt, er hat sich einen Autotack und auch nicht den One-Shop. Yeah, I did it. Oh shit, Windwall. Holy. Die macht WQ. Proc Damage Thunderlords und es sind 700 Schaden. Eine Person. Leute, die gestunt sind, den gebe ich einen On-Nate-Damage von irgendwie 90 pro Auto-Attack. Oh, der letzte Minier-Auto-Attack. Du meinst, weil die... Leute, wir kriegen drei Infurnails in den Arsch gesteckt. Jinx ist ja ein richtiger Lecker-Hop-Model. Der Top-Line-Farm ebenso. Ich mache die tot. Wenn ich TP rein, die weg, die hat Angst vor mir. Ich kann die wahrscheinlich nicht 1-3-1, aber ist egal. Warum habe ich eigentlich trotzdem... Warum bin ich so tanky? Ju bist halt nicht. Sie wollte einen Toa haben. Jetzt mal ehrlich, warum bin ich so tanky? Kennt ihr das? Wenn man... Wenn man... Fuck you schreiben möchte und man schreibt F'd. Also man sagt das eigentlich. Und wenn man das schreibt, dann... Dann macht man Fett raus. Ja, ich verstehe dich. Rät weiter. Hey, ich bin schon fertig. Ich bin's wie zuhause. Legendary Trinder mehr. Lol. Double kill Penta. Der hat noch Ulti, aber der hat viel zu früh geultet. Ich komme. Ass Saver. Aber mit Lain-Farm ist halt auch Juicy. Lass mal irgendeinen Shutdown oder so. Lass mal irgendeinen Legendary Werder und Shutdown-Ding dann. Oh, ich habe irgendjemanden gestern. Ulti, ich kann nicht ulten. Nein, nein. Nein. Du scheiße. Deshalb skilt man Q. Ich habe gedacht, ich werde eh tot. Aber ich habe nicht... Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mich drei Autotecks töte. Ich will doch keinen Yasuo, man. Der Moment, wenn ein 0-4 Bart mehr Damage macht, als ich um die Töten-Jigs. Lol, der hat keine Ulti und geht da so greedy rein. Lol. 600 Gold. Bub. Und. Bub. Oh, fast. Also du meinst, ich kann Sünder mit drei Autotecks töten und das ist normal. Ja. Bier. Willst du meinen Famm klauen? Guten, so wie in schlechten Zeiten. Dann antworte jetzt mit Ja, ich will. Oh, sie flasht einfach. Übrigens, die Jinx ist deutsch, weil die hat... Die würde sagen, I will... Weil I will heißt viel, wie ich werde. Mann, ich will so gerne Ulti... Ach, ich habe nichts gesagt, ich bin gehundert. Ey, Josef, ich hätte gerade so gerne geultet, nur um dein Back zu canceln. Junge? Ist das gerade dein Ernst? Also wenn das kein Support Main ist... Junge? Guck mal, die Jinx scripted doch schon wieder. Von Wider? Hat die schon mal gescripted? Ja. Er kennt alle Menschen auswendig. Easy. Flasht doch, du kleiner Hurensohn. Mann! Soll ich mir Trinity holen? Der ist mir gerade voll OP vor. Und den ich mal mit spät. Woher habe ich 80 A4? Das war ein clean 1 vs. 3 Triple Kill. Ich habe gerade ohne Grund geultet eigentlich. But you are a cure. Ich habe 400 AMG. Ich war immer nur pure... Oh! Wollen wir schreiben, how das Shry hat viel oder lassen? Ich habe einen Drang alle gefunden. Und... Machen wir jetzt. Wir waren doch kein einziges Mal geultet. Als ob dafür nicht mein mit dem... Ist denn die Gegner holen? Jo, was machst du? Bist du scheiße? Besser gut, er hat sich gleich... Ich habe dich von der Dicken holen gehört. Nein! Du kleiner Hurensohn! Die hat doch schon gar keine Ulti mehr gehabt. Nein, die hat gerade nicht fast zu. Erster? Leute, mit FunLive. Was ist das für ein S? Ich muss echt, warum hast du 400 Adeln? Boah! No, come... No, come back. Ich wollte mein Fett. Jetzt haben sie TryHarder geschrieben, Alter. Ja! Kiste und Schlüssel. So muss es doch mal laufen. Leute, du hast ein S bekommen. Ein Wunder, ich habe ein S bekommen. Ich habe gerade so Josefs letzten Kill gesehen. Tom, du hast keinen Schaden gemacht. Jungs, ich habe halt einfach mehr Schaden gemacht, als ein Yasuo. Hey, ja, ich war scheiße. Ich und keinen Schaden. Ich und keinen Schaden. Okay, der Song beginnt. Aber da kommt kein Schaden. Das ist ja mein, ich und meinen Yasuo so. Alter, ich habe 250 AP bekommen. Krass. Okay, ich habe den übelsten Damage gemacht. Aber ich kriege nur 18 gerade durch den Matchmate-Bonus. Ich glaube, ich gehe da mal auf, ne? Lappen. So, schon halb zwei. Oh. 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 Oh.